Musik 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 Von wo kommt denn ihr zwei? Also ich komme aus der Nähe von Landshut, das ist nordwestlich von München Ich komme ursprünglich auch von da, weil das mein Papa ist, aber mittlerweile wohne ich in Konstanz am Bodensee. Und ihr reist jedes Jahr hierher, oder ist es das erste Mal? Oh nein, wir versuchen jedes Jahr herzukommen. Ich war das erste Mal da, da war er gerade drei Monate alt. Also das war es 1992. Und letztes Jahr waren wir leider nicht da, aber sonst sind wir eigentlich jedes Jahr da. Ja, ich war die letzten drei Mal leider nicht da, aber das erste Mal war ich vor zehn Jahren da. Wir sind schon öfters da gewesen. Musik 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 Sie sind da ja tatkräftig am Aufbauen von Ihrem Zelt. Wie lange bleiben Sie da? Bis am Sonntag. Bis am Sonntag, ja. Kommen Sie jedes Jahr hierher? Ja, fast jedes Jahr. Fast jedes Jahr. Und dann stellen Sie hier Ihr Zelt auf, damit Sie nicht so weit nach Hause haben? Ich komme von Genf. Von Genf, ja. Also nach Hause gehst du unbedingt. Was macht für Sie das Jazzfestival aus? Ich komme jedes Jahr, und ich komme auch diese Musik gerne. Ich entdecke jedes Jahr neue Musik, neue Gruppen und ein neues Stil usw. Das ist für mich einfach schön. Ich komme aus. Ich komme aus. Ich komme aus. Ich komme aus. familyて hochleggen. Nichts